Hier sieht man, wie die drei arbeiten in der Küche. Kannst gleich zuschauen, Barad, und nächstes Jahr machst du das. Ja, und wir filmen dich dabei. Oh ja, komm Barad, das ist lustig. Vielleicht. Das macht Spaß. Das ist mein fauler Bruder, der gerade Skifliegen anschaut. Und er fliegt und fliegt und ein neuer Rekord. Ich habe auch einen Foto, Herr, es ist noch ein Foto. Ich habe auch einen Foto. Ich habe den Foto, ich mache den Foto. Die Foto ist so schön. Das ist der Foto. Oh, no, bitte.